Ich würde mich freuen, wenn vom fünften Frauentag das Signal und die Botschaft ausgehen würde. Wir sind erfolgreich unterwegs. Wir waren sehr erfolgreich in den letzten vier Jahren mit der Charta der Gleichstellung. Aber es gibt noch viel zu tun und wir können dort noch eine Menge machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir insbesondere bei der Charta auch mehr in kleinen und mittelgroßen Unternehmen erfolgreich sein können. Und ich glaube, das schaffen wir. Ich würde mich freuen, wenn ich mich darauf hinbekommen.